guten abend liebe freunde ich grüße euch alle heute haben wir eine offene vorstellung und wir arbeiten wie immer mit der energie das thema unseres abends heute ist die vergrößerung des materiellen wohlstands mit hilfe der energetischen praktiken das ist eine offene einheit und es wird dann auch zur verfügung gestellt praktisch für alle und das ist nützlich und sinnvoll für die neuen die auch jetzt nicht dabei sind aber auch für euch dafür uns alle zusammen thema finanzielle spieler anna uc in tieres nariz zu jürgen noch eine prägt also die das thema der finanzen ist sehr interessant aber hat jedoch auch gewisse spannungen oder gewisse meinungsverschiedenheiten und wenn praktisch die rede um das geld beginnt verspannen viele leute beziehungsweise werden angespannt fühlen sich vielleicht irgendwie disharmonisch oder ähnlich gleichzeitig ist das geld vergleichbar mit der energie der liebe wenn jemand sich selbst liebt und andere menschen liebt ist es für ihn einfacher viel geld zu haben unser universum ist sehr reichhaltig fruchtbar und es würde genug geld für alle geben und das universum hält genug geld für alle bereit auch für alle die halt bereit sind es aufzunehmen deshalb ein jeder mensch kann also auf sogar eine einfache art und weise seine finanzen verbessern aber wir müssen drei wichtige prinzipien dafür erkennen wenn wir nicht genug geld haben für den moment im hier und jetzt müssen wir drei schritte unternehmen der erste schritt beinhaltet das auflösen der grenzen grenzen oder die eigenen begrenzungen die mit dem erhalt der finanzen zu tun haben und wenn wladimir über das auflösen der grenzen oder der begrenzungen spricht meint er dass jeder von uns viele ängste hat oder innere verspannungen hat hat die mit dem erhalt oder mit dem bekommen von geld zu tun haben also diese sinnbilder diese eindrücke von verspannungen von disharmonie von angst hätten wir aufnehmen können zum beispiel noch wenn die eltern über geld gesprochen haben und sich dabei angespannt haben wo den diskomfort gefühlt haben so kann jeder von uns praktisch auch das aufgenommen haben in der vergangenheit und genauso auch im späteren leben jeder von uns hat gewisse erfahrungen gesammelt eindrücke gesammelt sinnbilder gesammelt wo er oder sie selbst auch unter spannung geraten ist spannungen ängste angesammelt hat wenn es praktisch um das geld ging zudem hat jeder von uns sein karma praktisch welches sie in den letzten leben aufgesammelt hat und wenn man dort nicht gut oder nicht sinnvoll mit dem geld vielleicht sogar mit dem geld der anderen menschen umgegangen ist kann es auch vorkommen dass wir praktisch diese negative information mit dem karma in dieses leben mitnehmen und es uns auch irgendwo dann eingrenzt und wenn wir über das klimageld sprechen müssen wir das uns auch noch einmal wieder verinnerlichen im inneren herzen also tief in uns haben wir den göttlichen funken der praktisch eine gewisse schöpferische energie ausstrahlt so ähnlich wie ein DIO-projektor gewisse Dias anleuchtet und wir haben dann auf dem Projektionsbildschirm beziehungsweise auf der Leinwand die Bilder die wir aus unserem Inneren projizieren dabei haben wir gewisse Bilder oder Slides in unserer Seele also Gedanken, Sinnbilder, Eindrücke, Erinnerungen es gibt welche die wir nicht erkennen die mit dem Karma der Vergangenheit verbunden sind und es gibt welche die wir in diesem Leben angesammelt haben und es gibt tatsächlich Dinge die wir verändern können wenn wir gleich und jetzt beginnen damit zu arbeiten und gewisse Praktiken durchzuführen und indem wir mit unseren inneren Eindrücken arbeiten und die austauschen die ganzen Minus zum Plus austauschen haben wir letztendlich auf der Leinwand was ja unser Leben ist, unsere Realität ist Bilder und Ereignisse die dann einen Plus Vorzeichen haben es gibt ja dieses Quantenexperiment von dem ich immer wieder erzähle 1926 Nielsen Bohr und Geyzenberg sie wollten wissen, was der Licht ist ein Teil ist und andere Wollte 1926 zwei Wissenschaftlergruppen die eine unter Niels Bohr die andere unter Geyzenberg wollten feststellen, ob das Licht jetzt ein Teilchen oder eine Welle ist es gab zwei Gruppen von Wissenschaftlern und die einen die ein Teilchen erwartet haben haben auch ein Teilchen nachweisen können ein Photon, die anderen haben an eine Welle geglaubt und die haben auch eine Welle nachweisen können also bei beiden Gruppen war es das Licht, welches untersucht wurde, aber die haben komplett gegensätzliche Beweise dafür bekommen und als die Wissenschaftler begonnen haben sich damit auseinanderzusetzen die Wissenschaftler haben dann später festgestellt, dass das Resultat davon abhängt, was der Wissenschaftler erwartet beim Experiment wenn die Wissenschaftler dass das Licht ein Teilchen ist ein Photon bekommen sie ein Teilchen nachgewiesen in dem Experiment wenn die Wissenschaftler annehmen das Licht ist eine Welle und beginnen da zu untersuchen wird eine Welle auch nachgewiesen so hat man bereits 1926 auf wissenschaftlicher Ebene nachgewiesen dass der Mensch mit seiner Beobachtung, mit seinem Bewusstsein und Erwartung auf die Realität einwirken kann Das heißt, wenn Sie jetzt in dem Moment zu wenig Geld haben habt ihr gewisse Eindrücke, Sinnbilder, Erfahrungen, die negativ sind und die materialisieren weiterhin diesen negativen Zustand und ausgehend davon ist es unbedingt wichtig, diese negativen Eindrücke und Sinnbilder aus dem Inneren herauszubekommen, aufzulösen und lasst uns die ersten Praktiken beginnen in den Живa Strom sagen ich rufe dich ursprüngliches Licht Mütterchen Живa kommt zu mir wir gehen in den Живa Strom lassen alle Gedanken vorbeischweifen erlaubt euch die Augen zuzumachen die Atmung ist langsam und ruhig langsam ist ein, langsam ist ausatmen und lasst uns jetzt daran erinnern, was unsere Eltern über das Geld gesagt haben vielleicht nicht nur die eigenen Eltern, sondern vielleicht auch Freunde oder unsere Lehrer als wir gewachsen sind als wir noch klein waren hatten wir vielleicht Phrasen gehört ähnlich wie wir sind zwar arm, aber dennoch ehrlich oder oder an viel Geld ranzukommen ist schwierig oder überhaupt Geld zu verdienen ist schwierig oder ihr habt vielleicht oft den Spruch gehört das können wir uns nicht leisten oder ähnliche Phrasen oder ähnliche Phrasen zum Beispiel wir sind zwar arm, aber dafür gesund erlaubt es euch euch jetzt als Kind zu sehen und ihr habt und ihr habt in den Händen noch wie und ihr habt in den Händen so ein bündel graue nicht schöner Luftballons sie hält die graue sind und auf diesen Luftballons sind diese Fragen draufgeschrieben und Wir sind arm, aber dafür ehrlich. Geld zu verdienen ist schwer. Man muss das Geld immer nachzielen, weil es nicht immer ausreicht. Das können wir uns nicht leisten. Alle diese Phrasen, die vielleicht eure Eltern, eure Nächsten und Verwandten mal gesagt haben. Alles, was eine gewisse Eingrenzung bzw. Begrenzung bedeutet. Und wir lassen jetzt diese Luftballons einfach aus und die fliegen weg. Und die fliegen weg, hoch in den Himmel. Pокидая вас навсегда. Und verlassen euch für immer. Und stellt euch jetzt als ein Kind vor, ein schönes Kind mit schönen Kleidern. Und ihr habt einen riesen Berg an bunten Luftballons. Und auf diesen bunten Luftballons sind jetzt andere Phrasen draufgeschrieben. Geld ist Liebe. Das Univerzum ist wohlhabend. Gott segnet dich, reich zu sein. Pazwolle dir, dass du glücklich bist. Gott liebt dich und schenkt dir reich zu sein. Erlaubt es euch, die nötigen und gewünschten Phrasen auf diesen Luftballons zu schreiben. Und ihr steht jetzt gerade mit diesen Luftballons. Und ihr blickt in diese Luftballons. Und da erkennt ihr, dass jedes Luftballon seine eigene Farbe hat. Und im Inneren ist jeder Luftballon wieder mit verschiedenen Farben gefüllt. Mit Rot, Grün, Blau. Nicht nur der Luftballon hat seine Farbe, sondern im Inneren ist er auch bunt und hat seine leuchtenden Energiefarben. Und wir erinnern, dass jedes Luftballon mit der Energie des einen oder anderen Chakras gefüllt ist. Diese Energie, die uns vielleicht früher gefehlt hat. Und wir drücken zuerst einen, dann den anderen Luftballon zum Körper und der fließt in uns hinein und füllt unser Inneres mit Energie. Wir nehmen einen Luftballon, auf dem steht, dass das Universum wohlhabend ist. Ein anderer Luftballon, wo draufsteht, das Geld ist Liebe. Ein anderes, wo draufsteht, Gott segnet dich, reich zu sein. Изобилие – это легко. Und Wohlstand kommt einfach. Und wir verbinden alle diese Luftballons zu einem Bündel, alle diese Schriftzüge und Phrasen, die jeder sieht. Und spürt, dass ihr jetzt auch im Inneren mit Energie aufgefüllt seid. Absolutно jasno, четко, это представьте. Absolut klar, stellt es euch jetzt vor. Oщутите, что Energie распирает вас изнутри. Spürt, dass die Energie von innen so wie pulsiert und euch größer wird. Spürt, dass ihr jetzt ein anderer Mensch geworden seid. Ihr habt jetzt komplett neue Energien in eurem Inneren. Energie силы и мощи. Energie von Kraft und von Macht. Почувствуйте и осознаете, что все эти мысли, которые вас ограничили, это были не ваши мысли. Und versteht, dass alle Gedanken, die euch eingegrenzt haben, gar nicht eure eigenen Gedanken waren. Это просто какой-то чужой Груз, который вынесли на себе. Das ist ein fremdes Ballast, welches ihr mit euch geschleppt habt. И сейчас вы от него избавились и вам стало в сотни раз легче. Und jetzt habt ihr euch davon befreit und fühlt euch hundertmal leichter. Почувствуйте эту силу и запомните эту силу. Ощущение легкости и гармонии. Ein Gefühl von leichtigkeit und von harmonии. Ручки вместе. Благодарю свет изначально. Благодарю живую латушку. Hände zusammen. Ich danke dir ursprüngliches Licht. Ich danke dir живой мütterchen. Очень хорошо. Sehr gut. Молодцы, юмец. Давайте еще раз мы с вами осознаем, что когда мы говорим о деньгах, то все очень просто. Lasst uns es noch einmal verstehen. Wenn wir über das Geld sprechen, ist eigentlich alles sehr einfach. Люди становятся богатыми, потому что они решили стать богатыми. Die Menschen werden reich, weil sie sich dazu entschlossen haben, reich zu werden. То есть они поставили перед собой определенные образы. Sie haben vor sich gewisse Vorstellungen gestellt. И они себе позволили поверить в это. Und sie haben es sich erlaubt und möglich gemacht, daran zu glauben. То есть давайте мы еще раз с вами поймем. Lasst uns es noch einmal verstehen. Мы можем достигнуть только то, во что мы можем поверить. Wir können nur das erreichen, an was wir auch fähig sind zu glauben. И если вы можете поверить в то, что вы станете миллионером, вы станете миллионером. Wenn ihr es euch vorstellen könnt, Millionär zu werden, könnt ihr auch Millionär werden. Если вы не можете в это поверить и вы постоянно внутри как-то зажимаетесь, вы себе не позволите это сделать. Wenn ihr nicht daran glaubt, wenn ihr im Inneren zusammendrückt, verspannt, verkrampft, werdet ihr es auch nicht erreichen können. Давайте поймем одну простую вещь. Lasst uns eine einfache Sache verstehen. Люди зарабатывают определенное количество денег. Menschen verdienen eine gewisse Summe Geld, которая соответствует ихem образом, веря в себя, сколько они могут заработать. Und diese Menge an Geld hängt mit diesen Vorstellungen, mit diesen inneren Eindrücken zusammen, von sich selbst, wie viel sie verdienen können. И если мы будем ставить перед собой более позитивные образы, избавляться от негативных, мы всегда достигнем больше. Und wenn wir in unserem Inneren позитивere Einstellungen, Vorstellungen in uns haben, werden wir von den negativen uns nach und nach befreien. Давайте сейчас мы сделаем еще одну практику. Lasst uns jetzt noch eine практику machen. Но сейчас давайте мы подумаем о том, возможно, мы как-то где-то в душе негативно относились к богатым людям. Und jetzt lasst uns daran erinnern und daran denken, womöglich hatten wir uns in der Vergangenheit, oder genau, haben wir in unserem Inneren, in unseren Gedanken, so negativ gegenüber reichen Menschenverhalten oder negative Gedanken gegenüber reichen Menschen verspürt. Может быть, где-то в душе мы думали о том, что богатые люди, они получили свое богатство, потому что они обманывали людей. Или, может быть, мы думаем о том, что это как-то связано с жестокостью по отношению к другим людям, и поэтому надо себя вести очень как-то твердо и жестоко, и поэтому богатые люди, ну, не совсем хорошие. Может быть, где-то в душе мы как-то критически относились к тем людям, которые были успешны. Но давайте прямо сейчас осознаем. Lasst uns это genau erkennen. Чтобы стать успешным человеком, Um, 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 ein erfolgreicher Mensch zu werden, надо проявить очень хорошие качества, muss man sehr gute Eigenschaften oder Qualitäten an den Tag legen. Активность, уверенность, aktiv zu sein, selbstbewusst zu sein, какую-то сообразительность, или, может быть, или, может быть, какую-то глупость, или шлаусть на день. Давайте возьмем и вспомним хотя бы Стива Джобса. Lasst uns zumindest сейчас на Стив Джобс uns erinnern. Он был с очень бедной семьи. Он даже не окончил колледж. Он всего лишь прошел два курса образования. Но он верил в себя. Но он верил в себя. Он был активным. Он был очень активным. Он был сосредоточен на позитиве. Он был концентрирован на позитиве. И он достиг успеха. И он достиг успеха. Чем бы вы ни занимались, вы можете достигнуть большего успеха и увеличить свои финансы. Но для этого сначала нам надо избавиться от каких-то негативных образов, которые у нас могут быть. Давайте мы еще раз войдем в поток Жива. Ласст uns nochmal в этот Жива-Стром динь. зову свет изначально. Матушка Жива, приди. Ich rufe dich ursprüngliches Licht. Митушка Жива, komm zu mir. Опять же, закройте глазки, позвольте себе расслабиться. Шließt die Augen und erlaubt es, euch zu entspannen. Дыхание спокойное, ровное. Die Atмung ist langsam und ruhig. Вдох, выдох. Langsam ein, langsam ausatmen. И прямо сейчас перед собой давайте мы представим знак Бережья. Он похож на Руну О'Дал. Как еще раз Руна называется? На Руну О'Дал. Er sieht aus wie die Руны О'Дал. Давайте мы увидим большой, большой этот знак. Ласст uns dieses Zeichen sehr groß vorstellen. Как некие золотые двери. Wie eine goldene Tür. И мы открываем эти двери и входим в священное, солнечное, магическое пространство. Und wir öffnen diese Tür und gehen in den heiligen, sonnenleuchtenden, magischen Raum. И находясь в этом святом месте, мы призываем сюда всех тех людей, богатых и успешных людей, по поводу которых мы когда-то плохо думали или плохо к ним относились. к ним, vielleicht schlecht думали или мы schlecht уме ганген . Это могут быть какие-то миллиардеры, очень успешные люди, какие-то олигархи. Это могут быть какие-то миллиардеры, очень успешные люди, олигархи. И вот находясь в этом месте, они приходят и вы можете видеть их прямо перед собой. И когда мы находимся на этом месте, они могут к вам рантиться и вы видите эти люди перед собой. Возможно, вы прямо как выступающие на трибуне, а их перед вами десятки или даже уже сотни. Возможно, вы как на бюне, которые ворота и они за десятки или за сотни к вам и в этом месте мы говорим этим людям. Мы просим прощения за то, что мы говорили о них плохо. может быть мы обращали внимание на какие-то темные стороны. Возможно, мы на дункле сети этих людей концентрировали. Но на самом деле каждый из них является уникальным человеком. Тatsächlich есть каждый из них из них из них активным, умным, успешным, актив, клуб, erfolgreich. То есть каждый из них владеет многими хорошими качествами. организационность, успешность, целеустремлённость, gute организационность, Erfolg, Zielстребigkeit. И мы искренне посылаем им поток света, поток живы, поток любви, поток принятия. И ganz ehrlich vom Herzen шикен в им стром живой энергии, струм любви и струм аннаме. И мы entsчудим нас ehrlich в наши негативные думки, негативные действия. Но в то же время мы помним, что на уровне душ мы единое целое, что на уровне душа мы братья и сестры. На уровне душ мы братья и сестры. Поэтому посылаем им поток света, поток любви, поток принятия. Поэтому мы просим, чтобы прямо сейчас они благословили нас своими качествами, силами и умениями. битн мы эти люди, чтобы мы segнём с их способами, с их способами и знам. Когда человек делится мысль, у него остается мысль и он дарует эту мысль другому человеку. Когда человек дарит свои Gedanken, дарит, он дарит, он дарит эти дарит, он дарит, дарит. Так же в духовном мире происходит и с качествами и умениями. Дарит человек может копировать и подарить свои качества, знания и умения. человек может копировать и его дарит дарит и умения. И он дарит это и умения. Но он дарит они дарит это без дарит они уже владеют этими качествами. А нам эти качества предстоит приобрести. и нам стоит еще предстоит эти качества и мы благодарны. Поэтому если кто-то из них может нас благословить, мы будем очень благодарны. Увидьте, что среди них действительно много хороших людей, и многие благословляют вас, и многие segны вас. Теми качествами, силами и умениями, которых вас не хватало. Может быть, вам не хватало целеустремленности, кто-то вас благословляет целеустремленности. Может быть, вам не хватало гибкости сознания, гибкости и кто-то благословляет Может быть, вам не хватало еще какого-то качества. Вы видите, что прямо сейчас вас благословляет этим качеством. или еще что-то не хватало или что-то над необходимет качеством . чувствуйте, что вы начинаете внутренне расширяться и наполнятся еще большим количеством энергии. И чувствуйте, что вы еще größер и еще больше энергии и еще больше силы и знания. noch eine größere Anzahl von Kraft und von Wissen. Das, was für euch früher schwer und unzugänglich war, wird für euch sehr leicht, weil ihr zielstrebig seid wie Steve Jobs. Ihr seid aktiv wie Zuckerberg. Ihr habt gute Beziehungen wie Rockefeller. Erlaubt es euch zu sehen, dass auch bei euch diese nötigen Qualitäten, Eigenschaften und Fähigkeiten sich öffnen, mit denen man euch segnet. Und wir bedanken uns bei diesen Menschen, dass sie uns ihren Segen geschenkt haben. Und weil wir das auch annehmen, diese Energie und diese Menschen annehmen, löst in uns unser negatives Karma. Und dass die euch segnen können, schenkt ihnen wiederum positives Karma. und öffnet auch für diejenigen die Möglichkeit, mehr zu erreichen. Und fühlt, dass ihr gerade jetzt ein neuer Mensch werdet aus dem Inneren. so ähnlich wie ein Computer, der ein neues Programm bekommt. Wir bedanken uns nochmal bei diesen Menschen, die Aufmerksamkeit zurück in den Körper, wir verabschieden uns von diesen Leuten, machen einen Schritt zurück durch das Bereiche Zeichen hindurch, fühlen uns im Hier und Jetzt, Und wir erinnern uns jetzt noch an folgendes, dass bei dem Modul, welches ihr bereits bekommen habt, also Modul A, wir haben dort gewisse Begriffe und das Verständnis, das Auswechseln der Sinnbilder oder der Vorstellungen. Also dieses Austauschen der Sinnbilder und Vorstellungen gehört jetzt hier nach oben hin, um unsere Eingrenzungen aufzulösen. Und ich gehe jetzt nicht hier ins Detail, weil ich das voraussetze, dass ihr hier das bereits schon kennt. Wir haben jetzt mit den heutigen Überzeugungen und Eindrücken gearbeitet. Und lasst uns jetzt noch die Praktik machen, die mit unserem früheren Leben verbunden ist. Okay, wir machen jetzt zusammen die Praktik, das Durchschauen der früheren Leben. Das ist eigentlich ein großes Thema, welches wir beim zweiten Modul behandeln, und zwar viele Lehreinheiten. Also man muss sich auch länger mit diesem Thema beschäftigen. Also faktisch ist jetzt hier schon die Rede über die zweite Stufe. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt gemeinsam die Praxis, weil ihr womöglich auch in der Vergangenheit, sprich in den vergangenen Leben, was habt, was euch im Hier und Jetzt eingrenzt. Und deshalb machen wir auch die Praxis der Karma-Reinigung. Wir haben jetzt sehr viele Praktiken bei der heutigen Einheit. Das ist so quasi wie ein Miniseminar. Wir gehen in den Живa-Strom. Ich rufe dich ursprüngliches Licht, bitte ich in den Живa, komm zu mir. Erlaubt, euren Gesichtsmuskeln zu entspannen, Mышchen Ruh, eure Arme, Mышchen Tullechen, Eurem Oberkörper, Eurem Beinem, Die Atmung ist langsam und gleichmäßig, Langsam ein und langsam aus. Und jetzt eine goldene Weiße Lichtkugel im Kopf formen. Und wir sehen jetzt im Kopf eine goldene Weiße Kugel, auf die wir uns konzentrieren. Und wir übertragen unser Bewusstsein. Und gehen mit dieser Kugel in das eigene Solarplexus. Wir nehmen jetzt die Welt aus dem Solarplexus wahr. Wir denken aus diesem Zentrum heraus, wir nehmen die Welt wahr aus dem Solarplexus. Aus dem Solarplexus erlauben wir es uns nach oben zu blicken. Und sehen den Lichtkanal, unseren eigenen, der uns zum ursprünglichen Licht führt. Und mit unserem Bewusstsein beginnen wir hoch zu steigen entlang dieses Kanals. Wir steigen höher und höher. Und noch höher. Wir gehen in das heilige, sonnenleuchtende, magische Raum, der sich zwischen den Welten befindet. Wir поднимаемся выше und höher. Wir gehen höher und höher. Und wir sind jetzt im golden-weißen Nibel. Und der golden-weiße Nibel des heiligen Sonnen leuchtendem magischen Raum. Und, indem wir uns in diesem golden-weißen Nibel befinden, rufen wir unsere eigene Seele in unseren karmischen, kausalen Körper. Und wir bitten die Seele, dass sie vor uns erscheint als eine Silhouette oder als ein Kontur. Und ganz weich und sanft schicken wir einen Lichtstrahl nach vorne. Und wir sehen, wie dieser Kontur, diese Silhouette entsteht. Vielleicht sieht es sogar wie ihr aus im Spiegel. Oder die Seele kann irgendwie golden, riesengroß erscheinen oder noch auf eine andere Art und Weise. Und wir bitten die Seele, dass sie sich als ein Körperumriss, als eine Körperkontur vor uns stellt. Wir schicken ihr einen живer Strom, einen Strom der Liebe, einen Strom von Licht. Und wir bitten, dass unsere Seele und eine unserer Hüllen mit einem roten oder mit einem schwarzen Punkt den Eingang in die Lebenssituation zeigt, in einer unserer früheren Inkarnationen, wo etwas passiert ist, was heute die Summe eurer Finanzen eingrenzt. Eine Verhaltensweise, eine Situation damals, die passiert ist, die euch hier und jetzt eure Finanzen eingrenzt. Gibt es da mehrere Ereignisse, aber wir möchten uns denn das wichtigste Ereignis zeigen lassen, mit dem schwarzen oder roten Punkt. Und wir beginnen unsere Silhouette zu scannen von oben nach unten oder von unten nach oben. Und hier beginnt ihr schon das zu sehen, zu fühlen, zu erkennen, wo sich dieser schwarze oder rote Punkt befindet. Es kann auch sein, dass es mehrere solcher Punkte gibt, aber wir konzentrieren uns aber auf dem größten von ihnen. Ein roter oder dunkler Punkt. Und wie ein Schlüsselloch dringen wir in diesen Punkt hinein. Wie in einen Kanal. Und wir beginnen dann herabzusteigen. Und wir beginnen dann herabzusteigen. Wir beginnen das Leben in die Situation, wo etwas passiert ist, was als die Ursache der eigenen Eingrenzungen geworden ist. Und wir sind auf der Ebene der Wolken. Und gehen noch tiefer. Und wir sind auf der Ebene der Erde. Und gehen in die Realität dieses eigenen Lebens. Und gehen in die Realität dieses eigenen Lebens. Und gehen in die Richtung, wo sich die Leute befinden. Wir sind in dieser Welt wie Geister. Wir können sehen, die Zeit nach vorne oder zurück spüren. Und wir bewegen uns weiter und weiter. Intuitiv. Und wir spüren intuitiv, wo sich die Leute befinden. Und wir fliegen gerade darauf zu. Und wir können hier die Menschen bereits sehen. Und spüren, wer unter diesen Leuten ihr gewesen sei. Warte dort ein Mann oder eine Frau. Und versuch zu erkennen, welches Jahrhundert es gewesen ist. Vielleicht war es sogar nicht der Planetärte, sondern ein anderer Planetärte. Versuch zu sehen, was unter den Leuten gerade geschieht. Wenn ihr verstanden habt, wie ihr unter den Leuten seid, schaut noch einmal, was mit euch passiert. Und versuch zu sehen, zu spüren, ob die Situation, die im Hier und Jetzt diese Finanzierung, wir stellen Schwierigkeiten vor uns. Ist es schon passiert oder passiert sie gerade oder wird sie noch passieren? Wir können intuitiv die Zeit nach vorne oder zurück spüren. Wie mit einer Fernbedienung können wir die Zeit nach vorne zurück spüren die Situation? Spüren die Situation vor und zurück zu dem Moment, wo etwas Negatives passiert ist. Wir spüren weiter. Fühlt intuitiv, ob ihr nach vorne oder zurück spüren müsst. Vielleicht zehn Minuten, vielleicht halbe Stunde, vielleicht ein paar Tage. Absolutно intuitiv. Absolutно intuitiv. Spüren das sehr intuitiv. Und wir sehen diese Situation, wie es passiert ist. Spürt und fühlt diese Situation aus allen Seiten. Vielleicht habt ihr dort jemanden hintergangen oder angelogen oder etwas falsch gemacht. Oder habt ihr etwas nicht geteilt oder etwas nicht abgegeben oder auf eine ähnliche Art und Weise euch nicht harmonisch verhalten. Erlaubt ihr euch die Situation ein bisschen zurück zu spüren, bevor das Ganze passiert ist? Wir verbinden uns mit uns selbst, bevor es passiert ist. Und sag zu euch selbst, so soll man sich nicht verhalten, man soll sich richtig und harmonisch verhalten. Und wir lösen uns von uns selbst. Und fühlen uns mit dem живen Strom. Und wir fühlen uns mit Kraft und Energie, uns anders zu verhalten. Und wir fühlen uns mit Kraft und Energie, uns anders zu verhalten. Und ihr seht, wie die Situation sich verändert. Wir fühlen die Situation noch mehr mit Liebe. Wir setzen das Alatir-Zeichen drauf. Wir setzen das Alatir-Zeichen drauf. Wir setzen das Zeichen Perunic drauf. Wir setzen das Zeichen Kraft des Himmels. Wir sehen, wie die Situation sich vollkommen harmonisiert. Wir sehen, wie die Situation sich vollkommen harmonisiert. Auch wenn ihr die Situation nicht hundert Prozent sehen könnt, machen wir trotzdem eine Heilung aller eurer Energiefelder, aller eurer Körper und Hülle. Und wir spüren, dass wir wieder vorsteigen aus der Situation, nachdem wir sie geheilt haben. Wir beginnen, hoch zu steigen. Wir sind höher und noch höher. Wir gehen zurück in den Sonnenleuchtenden Magischen Raum. Wir gehen auf die Ebene der Wolken zuerst. Und gehen noch höher von dort. Und dringen in den golden-weißen Nebel hinein. Wir gehen in den golden-weißen Nebel des Sonnenleuchtenden Magischen Heiligen Raums. Und bitte eure Seele, sich uns zu zeigen, unsere karmischen oder unseren kausalen Körper. Und wir sprechen. Und wir sprechen. Und wir sprechen. Und wir sprechen. Und alle positiven Veränderungen, die im letzten Leben passiert sind, sich in meinem jetzigen Leben verwirklichen, auf die angenehmste und harmonischste Art und Weise. Wie für mich, so auch für meine Umwelt, für meine Mitmenschen. Und wir heilen uns selbst mit der живen Energie, und wir heilen unseren Karma-Körper vor den gewissen Einschränkungen, vor diesen ganzen Bedingungen, die uns etwas Negatives als Resultat bringen könnten. Wir schicken den Jiva-Strom und leuchten wie ein Auto mit Scheinwerfern. Einatmen durch den Kopf und die Fußsohlen, ausatmen durch die Handflächen. Einatmen durch den Kopf und die Fußsohlen, ausatmen durch die Handflächen. Wir setzen das Auflösen des Jiva auf den ganzen Energiekörper und erlauben es uns, alle karmischen Ursachen rauszuhalten, alle karmischen Situationen rauszuhalten, die damit zu tun haben. alle negative, zerfallene Energie aufzulösen, die uns hier eingrenzen. Wir halten diese Zeichen, stellen es leuchtend vor für die gewisse Zeit. Wir schicken den Jiva und leuchten. Wir schicken den Jiva und den Jiva aus. Wir schicken den Jiva aus. Und wir spülen diese Hülle wie mit einer Dusche vom Inneren, vom Außen. Und wir machen einen Schritt nach vorne und verbinden uns mit unserem karmischen Körper. Und wir beginnen langsam runter zu steigen, runter zu fließen in unsere heutige Welt, kehren weiter zurück und weiter über den Lichtkanal und gehen noch weiter zurück. Und wir spüren uns jetzt sitzend im Hier und Jetzt. Und wir sprechen innerlich, пусть все positiven Veränderungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, пусть die Reinigung meiner karmischen Hülle hilft meinem finanziellen Wohlstand auf die einfachste und harmonische Art und Weise. Und wir strahlen diese Energie, dieses Energiepotenzial aus, dieses wird größer, so groß wie die ganze Stadt, wie das ganze Land. Wir sind ein Siegen für das Land, in dem wir leben. позволite почувствовать, что внутри вас открывается, как ваше внутреннее солнце. Und erlaubt es euch, dass ihr es so fühlt, dass in eurem Inneren eine neue Sonne aufgeht. Und es öffnen sich euch neue Möglichkeiten, neue Räume. Es bleibt nur eine Flexibilität, an den Tag zu setzen und dem eigenen Herzen zu folgen. Er erkennt und stellt euch vor, dass für euch hunderte und tausende neue Wege sich öffnen. Wenn wir mehr erreichen wollen, müssen wir in unserer Leben etwas ändern. Wenn wir mehr bekommen möchten, müssen wir etwas in unserem Leben verändern. Und wir erlauben es, damit, wir lassen es zu, damit diese Veränderungen stattfinden. So, dass es uns selbst und auch anderen wohlbringt. Wir fühlen uns im Hier und Jetzt. Ich danke dir ursprüngliches Licht. Ich danke dir, живo Mütterchen. Und wir sind wieder zurück im Hier und Jetzt. Wenn ihr gewisse Erkenntnisse gesammelt habt, könnt ihr die euch aufschreiben, notieren. Wenn wir in der Praxis machen, könnt ihr die Praxis auch ein bisschen langsamer durchführen. Aber Wladimir hofft, dass ihr alle auch schon ein bisschen geübt seid, sodass wir auch gewissermaßen zügig dadurch können. Um in die früheren Leben zu blicken, da gibt es sehr viele Nüanzen, da muss man vielleicht viel mehr kennen und wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich damit beschäftigen. Aber wenn ihr sogar diese anfängliche Praxis gut durchführt, die ist sehr, ja, die funktioniert sehr gut. Ich hatte mal einen Fall, wo bei einer Konsultation sich ein Kunde oder Klient an mich gewandt hat. Er hat einen sehr hohen militärischen Rang. Die Sache war aber, dass er Schwierigkeiten mit dreien von seinen Partnern hatte. Ich sage es euch ehrlich, die wollten ihn eigentlich umbringen. Weil die gemeinsam Waffenhandel betrieben haben. Weil man ihn aber sehr gut beschützt hat. Deshalb haben die versucht, magisch auf ihn einzuwirken. Weil er aber begonnen hat, krank zu werden und gesundheitliche Schwierigkeiten bekommen hat. Und er hat ihm empfohlen, sich an mich zu wenden. Und als er bei mir bei der Konsultation gewesen ist, hatte er noch vier Bodyguards hier im Raum. Und wir haben mit ihm auch die früheren Leben angeguckt. Und es hat sich ergeben, dass er in den früheren Jahrhunderten einer der Söhne eines englischen Lords gewesen ist. Und er hat seine drei Brüder umgebracht, um das Land, um den Titel vererbt zu bekommen. Und dann hat er noch ein Leben gesehen, wo er Kapitän eines Piratenschiffs war. Und er hatte drei Helfer, das waren die drei höchsten Offiziere. Und die hatten auf einer Insel sehr viele Schätze versteckt. Und damit keiner erfährt, wo dieser Schatz vergraben ist, hat er drei seiner ältesten Offiziere umgebracht. Die in den früheren Leben seine Brüder mal waren. Und in diesem Leben hat er wieder seine drei Geschäftspartner. Und in diesem Leben möchten die Geschäftspartner ihn jetzt umbringen. Und wir haben eine sehr ernsthafte Arbeit durchgeführt, eine karmische Arbeit zur Heilung der Situation. Und die Situation löste sich auf, also es wurde alles harmonisch. Also man hat aufgehört, hinter seinem Leben nachzusteigen, sie konnten es praktisch beilegen, den Streit so, dass er sogar in seiner Karriere weiter wachsen konnte. Ich werde auch seinen Namen nicht sagen, weil er immer noch ein aktiver Offizier ist. Indem ihr diese Praktik macht, könnt ihr auch mit der Vergangenheit arbeiten. Und ihr macht die Praktik, die wir davor gemacht haben, die mit dem heutigen zu tun haben, dann könnt ihr das heutige auch aufarbeiten. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, der uns hilft, unseren materiellen Wohlstand zu vergrößern, hat damit zu tun, dass wir unsere Wahrnehmung vergrößern müssen. Was bedeutet vergrößern? Stellt euch eine Flasche vor, in die nur ein Liter Wasser passt. Und ihr habt diese Flasche unter den Wasserfall gestellt. Egal, wie lange das Wasser runterkommt im Wasserfall, kann diese Flasche nicht mehr aufnehmen als diesen ein Liter. Aber wenn ihr eine Kaniste mit 10 Litern verbringt, dann bekommt ihr 10 Liter. Aber ein Kanister, der runterstellt mit 10 Litern, bekommt ihr dann 10 Liter hinein. Genau so hat unser Bewusstsein so ein gewisses Volumen, also ähnlich wie eine Flasche oder ein Kanister. Und dieses Volumen, dieses Gefäß muss man öffnen, vergrößern. Und wenn wir unser inneres Gefäß vergrößern, können wir viel leichter und einfacher mehr Finanzen bekommen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass unser Bewusstsein so aufgebaut ist, dass alles, an was wir glauben, alles, was wir uns vorstellen, unser Verstand denkt, dass es tatsächlich auch in Wahrheit passiert. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich nehme eine Zitrone, ich schneide die Zitrone in Teilchen und es beginnt, Zitronensaft runterzutropfen. Ich nehme ein Teilchen dieser Zitrone und Saft fließt an meinen Fingern und ich lege euch diese Zitronenscheibe auf die Zunge. Spürt, dass ihr gerade auch einen Speichelfluss bekommt, dass der Speichelfluss allein dadurch angeregt wird. Nur der Gedanke an eine Zitrone, an eine Zitronenscheibe im Mund führt dazu, dass Speichel produziert wird. Tочно так же работает наше сознание. Genauso arbeitet unser Bewusstsein. Wir erinnern uns wieder an das Quantenexperiment. Wenn wir statt Welle ein Teilchen haben möchten, müssen wir uns ein Teilchen vorstellen. Lasst uns die Übung machen, die unser finanzielles Gefäß oder unser finanzielles Volumen vergrößern wird. Wir gehen in den Живa-Strom, die Hände auf die Knie gelegt, lasst eure Gesichtsmuskeln entspannen, die Arme, Möschzen Tullewischen, Spannen Oberkörper, Möschzen Nog, die Beine. Давайте wir sformieren вокруг себя einen bälo-zолотой Schar, auf dem wir находимся. Und lasst uns um uns herum so eine goldene-weiße Kugel formen, in der wir uns befinden. und uns ist bewusst, dass in dieser Kuppel alles mögliche ausgeschehen kann. Und lasst uns jetzt eine Münze vorstellen, einen Euro. Und stellt euch vor, dass ihr diesen Euro jetzt ausgibt. Vielleicht kauft ihr etwas. Und wo ihr diesen Euro ausgegeben habt, erscheint für euch eine ganze Handvoll solcher Münzen. Präma Gorst-Malett, so eine gute Handvoll Münzen je ein Euro-Stücke. Wir tun dieses Haufen Münzen in ein Säckchen und gehen und geben die ebenfalls aus, kaufen das, was wir wünschen. Und nachdem wir diese Münzen auch alle ausgegeben haben, erscheint für uns so eine Packung, so ein Stapel Euro, also 50er Scheine. Wir nehmen diese 50er Scheine und betrachten sie. Schöne neue Euros. Und ganz normal, ganz leicht gehen wir raus und geben auch wieder diese Packung 50er aus. Vielleicht müsst ihr neue Kleidung kaufen. Gewisse Technik für zu Hause. Und nachdem wir alles bis zum letzten Euro ausgegeben haben, sehen wir einen Berg solcher Bündel, 50er. Und ein halbes Zimmer voll mit diesen Geldbündeln. Das ist ja auch viel Arbeit gewesen. Das ist eigentlich ein Haufen Papier, welches geschnitten wurde in diese 50er. Aber was soll man schon damit machen? Wir zahlen das auf ein Konto ein und kaufen damit ein Haus. Vielleicht wollt ihr euch ein Schloss sogar kaufen oder einen Sitz, einen Familiensitz. Oder ein Tempel, ein Ashram bauen oder ein Waisenhaus. Und als wir dieses Geld ausgegeben haben, auf eine zauberhafte Art und Weise kommen wir in einen Wald. Das ist ein Herbstwald. Schönes, goldenrotes Blattwerk. Irgendwo ist es noch grün, irgendwo mit anderen Farben. Und wir gucken genauer hin und sehen, dass es keine Baumblätter sind oder kein Laub, sondern Geldscheine auf den Bäumen. Wir gehen durch den Wald und statt Laub sind überall Blätter und das sind eigentlich Geldscheine und sind Euros. Wir können einen ganzen Haufen zusammen tun aus diesen Blättern. Und wir können praktisch wie von einem Berg runterrutschen, von diesem Berg Geld und es wird trotzdem mehr und mehr davon. Und plötzlich finden wir einen Platz, wo man auch ein Feuer machen kann. Und wir sammeln einen Berg von diesem Geld, von diesen Geldscheinen und zünden sie einfach an. Und wir sitzen einfach da und werfen das Geld ins Feuer. Und wir fühlen uns dabei sehr ruhig und sehr bestimmt. Und wir erkennen ab dem Moment, dass dieser ganze Wald uns gehört. Und wie alles andere, was sich um diesen Wald herum befindet. Und in diesem Moment erkennen wir, dass dort, wo das Feuer gebrannt hat, beginnt, Metall zu schmelzen. Und wir erkennen, dass es nicht ein einfaches Metall ist, sondern dass es Gold ist. Und dort wird eine goldene Gürtelschnalle gegossen. Und wir erkennen, dass es der Gürtel des Reichtums und des Erfolgs ist. Eine sehr schöne goldene Gürtelschnalle mit Edelsteinen verziert. Und wir nehmen diese Gürtelschnalle in die Hand und drücken sie an uns heran, zwei Zentimeter unter den Bauchnabeln. Und wir bekommen den Segen, die Initiation für die Arbeit mit den Strömen des Wohlstands. Und plötzlich spüren wir uns als ein Ozean. Ihr seid der Ozean des Wohlstands. Und tausende Flüsse, Millionen von Bächern, bringen die eigenen Wasser, um den Ozean aufzufüllen. Spürt, dass diese Flüsse, diese Bäche, das sind Finanzströme, die zusammenströmen in eure Richtung. Damit ihr sie lenken könnt, euren Lebensweg zu gehen, eurer Bestimmung nachzugehen. Und fühlt im Hier und Jetzt, dass die Welt voll von unendlichem Wohlstand ist. Und ihr erlaubt es euch, diesen Wohlstand aufzunehmen. Ihr erlaubt es euch, breiter zu denken. Ihr erlaubt es euch, tief in eurem Inneren mehr aufnehmen zu können, ein größeres Volumen zu bekommen. Nur aus dem Grund, weil ihr ein Teil Gottes seid. Nicht, weil ihr irgendwie den höchsten Abschluss habt oder unendlich viel arbeitet. Nicht, weil ihr so schwer gearbeitet habt oder weil ihr es verdient habt. Ihr seid einfach ein Teil Gottes. Und alles auf dieser Welt gehört dem lieben Gott. Das heißt, es gehört alles auch euch. Und ihr erkennt das Recht, das verwenden zu können. Ein absolutes Recht, das eigene glückliche Leben zu schöpfen. Und erlaubt euch, zu sehen, jetzt von ganz, ganz oben. Ihr seid irgendwo. Irgendwo da unten, irgendwo ganz klein auf dem Planeten Erde. Und ihr seid die ewige Seele, die verschiedene Spiele spielt. Erlaubt euch, zu sehen, dass es auch andere Varianten des Spiels gibt. Wo ihr anders lebt. Und mit dieser kosmischen Höhe kehren wir zurück in diese andere Variante, wo ihr ein erfolgreicher Mensch seid. Und wir erlauben es uns, mit dieser Variante, mit dieser Realität zu verschmelzen. Erlaubt es euch, ein anderer Mensch zu werden. Einfach aus dem Grund, weil ihr das Recht dazu habt. Wir fühlen uns im Hier und Jetzt. Wir fühlen uns als ein anderer Mensch. Wir fühlen uns als ein anderer Mensch. Wir fühlen, dass wir auf dem heutigen Tag auch ganz anders beginnen. Wir erlauben es uns, neue Pläne für das Neue Leben zu schaffen. Wir kommen zurück in das Hier und Jetzt. Ich danke dir, ursprüngliches Licht. Ich danke dir, живo Mütterchen. Mолодцы, Lumnisse. Ihr habt alle sehr gut gearbeitet. Und lasst uns jetzt ein bisschen betrachten, was wir eigentlich gemacht haben, im Himmel. Diese Praktik muss man vielmals durchmachen. Ihr müsst es euch erlauben, euch größer zu werden, also euer Inneres größer werden zu lassen. Einst vor 20 Jahren ungefähr, lebte ich in Kiew und unterrichtete an einer Universität. Ich hatte eine Mietwohnung damals. Ich musste meine Frau ernähren, meine Kinder. Für die Wohnung, für das Leben zu bezahlen. Aber mein Lohn war damals nicht so groß, wie es in Europa sein kann. Und ich hatte zu wenig Geld, also für nichts hat es gereicht. Und als ich dann einmal für alles bezahlt habe, für die Miete, für das Gas, für den Strom, hatte ich sehr, sehr wenig Geld übrig. Und ich habe verstanden an dem Zeitpunkt, dass es nicht mal fürs Essen reichen würde. Ich bin da gesessen und mir war zum Weinen. Und ich dachte mir damals, Du kannst weinen, du kannst machen, was du willst, aber solange du deine Gedanken nicht veränderst, wird sich auch nichts ändern. Und dann habe ich gedacht, ich bin bereit, dazu meine Gedanken zu wechseln. Und ich habe eine verrückte Tat begangen. Es gab zu Hause fast nichts mehr zum Essen. Und ich bin rausgegangen und habe den tollsten roten Kaviar gekauft. Es gab zu Hause nur ein hartes Brot und die... So ein schwarzes Brot, ein halb vertrocknet... Und ich habe meine Frau hingesetzt und habe dieses schwarze Brot auf, also diesen roten Kaviar da drauf gemacht. Und ich habe ihr begonnen zu erzählen, welchen reichen Tisch wir haben. Hier haben wir unsere Silberbesteck. Das ist hier schwarze Kaviar. Hier sind Meeresfrüchte, hier ist noch etwas. Und am Tisch stand lediglich nur ein Tee und dieses schwarze Brot mit dem Kaviar drauf. Die Frau, damit sie nicht weinen oder lachen musste, hat mitgespielt. Und wir waren wie Aristokraten, haben uns vorgestellt, dass wir in einem Flossen sitzen. Und wir haben unser reichliches Festessen genossen. Es wurde letztendlich sehr leicht und sehr fröhlich auf der Seele. Und am nächsten Tag ging ich wieder zur Arbeit. Mit der harten Überzeugung, dass ich mir schon etwas einfallen lassen werde. Und schon am nächsten Tag hat man mir eine Arbeit angeboten, wo ich viermal so viel bekommen habe wie in der Universität. Und ich habe damals in meiner Dissertation gearbeitet. Ich konnte, dass die Universität nicht beenden und ich durfte nicht davon weggehen. Ich habe aber ausgemacht, dass ich Teilzeit dort arbeite und in den anderen Arbeitsstunden dann bei der Uni bleibe. Und auf so eine magische Art und Weise wegen einer einzigen Praktik, sozusagen wegen einem einzigen Tag, hat sich mein Lohn dann letztendlich vervierfacht. Und es endete letztendlich damit, dass ich mich weniger mit den Schulwissenschaften beschäftigt habe, sondern begonnen habe, das zu unterrichten, was mir meine Lehrer beigebracht haben. Ich mache alles sehr ehrlich und sehr aufrichtig, das, worüber ich euch erzähle. Und ich bin sehr glücklich über mein Leben. Ich habe viele Hektar Land. Ich habe viele Häuser. Ich habe einen Aschram oder Zentrum. Ich habe sehr viele Bücher veröffentlicht. Und ich muss und möchte nicht unbedingt viel über das Geld denken. Es gefällt mir, Leute zu unterrichten und das Geld ist hier dann zweitrangig. Ich setze natürlich kein Ziel vor mir, Millionär zu werden, weil ich den Weg der Erleuchtung gehe. Und die Finanzen, die gerade zu mir strömen, das ist vollständig ausreichend, damit ich ein harmonisches Leben führen kann. Weil das Geld letztendlich die Energie der Liebe ist. Das ist auch die Energie, die eigene Bestimmung erreichen zu können. Deshalb nochmal sehr wichtig und unterstrichen, die eigene Bestimmung, das eigene Dharma ist sehr wichtig. Deshalb muss man die eigene Bestimmung finden. Das, was sie lieben, also die Tätigkeit, die sie lieben. Das, was sie auch unendlich lange machen können. Auch wenn man euch kein Geld dafür geben würde. Wenn ihr Glück bekommt von dieser Tätigkeit. Und die Menschen werden euch natürlich dafür danken. Deshalb, wenn man die eigene Bestimmung findet, das führt dazu, dass mehr Wohlstand erreicht wird. Der Wohlstand erzeugt Lebensfreude. Die Lebensfreude erzeugt Freiheit. Wenn man auf Sanskrit sagt, das Dharma erzeugt Ardha. Ardha erzeugt Kamma. Kamma erzeugt Moksha. Deshalb ist es sehr wichtig, das eigene Bewusstsein zu erweitern. Und alle Praktiken, die ihr diesbezüglich ausführen könnt. Ihr müsst euch im Inneren so fühlen, dass ihr in einem Wohlstand lebt. Weil Gleiches zieht Gleiches an. Worin liegt das Problem? Bei vielen Menschen wird sowas erzeugt und entsteht sowas wie Homöostase. Der Mensch gewöhnt sich in einem gewissen Zustand, in dem er sich befindet. Der spricht vielleicht davon, ich möchte meinen materiellen Wohlstand vergrößern, ich möchte etwas tun. Aber die Menschen reden tatsächlich sehr viel, anstatt hinauszugehen und etwas zu tun. Weil es folgendes Phänomen existiert. Bedingt kann man unsere Lebensziele in zwei Kategorien aufteilen. Wenn wir zu etwas gehen, wenn wir vor etwas weglaufen, das war links, ungefähr 20% der Menschen gehen zu etwas, die haben ein Ziel vor sich und gehen zu diesem Ziel. Und Steve Jobs, der hat letztendlich nicht das Geld interessiert, er wollte neue Technologien schaffen, neue Geräte schaffen und die unter die Leute bringen. Das war seine Bestimmung und der hat ein bestimmtes Glück gespürt bei seiner Tätigkeit. Und indem er seine Bestimmung gegangen ist, ist er auch zu diesem Wohlstand gekommen, die ihm Lebensfreude geschenkt hat und die ihm Freiheit geschenkt hat. 80% der Menschen, die tatsächlich von etwas weglaufen. Was bedeutet weglaufen? Wenn er kein Geld hat und nichts zu essen hat, steht er auf und beginnt etwas zu tun. Wenn er genug zu essen hat und er ein Dach über dem Kopf hat, dann macht er auch nichts. Und deshalb sind 80% der Menschen in dieser Kategorie, das ist für sie so ein gewohnter Zustand und die können damit leben. Und damit sie sich nicht irgendwohin bewegen müssen, müssen sie vor etwas weglaufen. Es gibt so einen psychologischen Witz. Wenn sie Champion im Laufen werden möchten, es muss so sein, dass es vor euch ein Preis von einem Millionen Euro gestellt wird. Und hinter euch ein tollwütiger Hund läuft. und ihr versteht, dass der Hund, also wenn ihr nicht schnell genug rennt, dass der Hund euch zerreißen wird einfach. Diese eine Million vor euch, das ist zu etwas gehen, zum Ziel gehen. Und der tollwütige Hund, das ist halt der andere Fall, wenn wir von etwas weglaufen, um etwas zu erreichen. um aus dieser Komfortzone hinaus zu gehen, aus diesem gewohnten materiellen Wohlstand oder aus der gewohnten Summe des Geldes. Aus seiner 1-Liter-Flasche müssen sie Ziele für euch setzen. Müsst ihr träumen. Ihr müsst zu etwas streben oder etwas anstreben. Ihr müsst das Ziel vorhaben und immer wieder aufstehen wollen und es auch tun und immer wieder zum eigenen Ziel gehen. Und damit ihr besser zu diesem Ziel geht, müsst ihr euch selbst erschrecken. Mit was erschrecken? Wspоминать, wie schlecht es war, als ihr einmal kein Geld hattet. Dумать о том, wie schlecht es war, wenn у вас сейчас nicht mehr Geld hattet. Und daran zu denken, wie es schlimm jetzt sein würde, wenn man jetzt kein Geld hätte. Und auch daran denken, wie schlimm es in der Zukunft sein wird, wenn ihr nicht daran arbeitet, wenn ihr nicht zu eurem Ziel geht. Das wird dieser tollwütige Hund sein. Und eure großen Ziele, das ist euer Preis. Das Erste, was ihr dabei machen könnt und müsst, ist qualitativ gut mit dem eigenen Bewusstsein zu arbeiten. Also tatsächlich die eigenen Eingrenzungen erkennen. Das Zweite, die Praktiken durchzuführen, die euch davon befreien. Und das Dritte, wir müssen Handlungen durchführen. Also als Handlung meine ich nicht nur, dass wir nur meditieren, wir gehen und führen Tätigkeiten aus. Also wir müssen mit dem Ich habe nicht nur schwarzes Brot mit dem roten Kaviar gegessen. Ich habe die Jobbörse aufgemacht und ich habe tatsächlich geguckt, wo Leute gesucht werden. Ich habe ja tatsächlich angerufen und gefragt, wo Leute oder Spezialisten gebraucht werden. Das Zweite, was euch hilft, den materiellen Wohlstand zu steigen, ist das Öffnen des Bewusstseins, also das Erweitern des Bewusstseins. Der Dritte Schritt ist Materialisation. Was verstehen wir unter diesem Begriff? Wir müssen eine klare Vorstellung halten, eine sehr klare, sehr deutliche Vorstellung von dem, was wir eigentlich möchten. Ständig das mit Energie auffüllen und sich vorzustellen, dass wir das haben, damit wir das auch materialisieren. Ihr denkt, dass ihr das bereits habt. Ihr müsst physisch damit spielen, euch physisch damit konfrontieren und euch so fühlen. Und ab einem gewissen Moment wird euer Spiel zu Realität werden. nach vielen Jahren in meinem Ashram, in meinem spirituellen Zentrum, als ich Geburtstag hatte, passierte es zu meinem Geburtstag genauso, wie es damals war mit dem roten Kaviar. Es stand Silber, Geschehen und Besteck auf dem Tisch. Es standen alle diese schönen Gerichte da, die wir uns damals vorgestellt haben. Es waren viele Gäste dabei und alle haben mir Geschenke gebracht und mir Respekt gezahlt. Es war nicht speziell oder mit Absicht durchgeführt worden. Und wir haben uns damals daran erinnert, so haben wir uns es damals vorgestellt und das wurde Realität. Was ist das Problem der Leute? Wenn sie sich irgendwelche Vorstellungen vorstellen, glauben sie selbst nicht daran, das alles ist blöd, dass nichts klappt. Sie zweifeln an sich, sie denken, das ist irgendwie alles Blödsinn, es wird sowieso nichts klappen. Weil das sind eben diese 80% der Menschen, die gewohnt sind, auf ihrem Hintern zu sitzen, die gewohnt sind, dann faul zu bleiben. Zuerst müsst ihr euer Inneres verändern und dann wird das Äußere das Innere aufholen und sich auch verändern, so wie ihr es wollt. Lasst uns die nächste Praktik machen. eine Praktik wird dazu dienen das Bewusstsein eines armen Menschen aufzulösen, zu beseitigen und die zweite Übung hilft uns zu materialisieren. Wir gehen in den живostrom auszulösen. Entspannte Gesichtsmuskeln мышцam ruk die arme мышцam tule den Oberkörper die beine die atmung ist langsam und ruhig. Представьте, dass ihr in ein Kino hineingeht, aber in dem Kino seid nur ihr alleine. Ein leerer Kinosaal. Und ihr setzt euch in die ersten Reihen und vor euch läuft ein Spielfilm. Und ihr erkennt, dass der Film heißt Mein Begrenztes Bewusstsein. Und ihr beginnt zu sehen, dass ihr seht Kindesbeinen bis zum jetzigen Moment, wo ihr etwas nicht haben wolltet, wo ihr nicht an euch geglaubt habt, und mit etwas zufrieden wart. Und ihr seht dieses nicht ganz schöne Spielfilm. Und auf eine magische Art und Weise betritt ihr noch einmal das Kino. Ihr geht in diesen Kinosaal und seht euch selbst zu, wie ihr da setzt und diesen Film ansieht. Das ist euer Körper, eure physische Wahrnehmung. Und wir setzen uns irgendwo in den mittleren Reihen. und wir blicken nach vorn auf uns, der da sitzt und diesen Film anguckt. Anstatt auch das Kino zu sehen aus diesem Blickwinkel sehen wir uns selbst zu unserem Körper, wie wir uns abquälen, uns abmühen und Sorgen machen über gewisse Dinge. Und aus der Ebene der Seele diese körperlichen Leiden und das macht uns sogar ein bisschen heiter. Und diese Begrenztheit, die wir nun selbst sehen, ist auch sogar ein bisschen lustig. Und hier wir in den dritten Mal das Kino. Und auf eine magische Art und Weise betreten wir zum dritten Mal das Kino. Es ist keiner in dem nur ihr selbst ganz vorne in den mittleren Reihen. Euer Körper und dann eure Seele. Und ihr seid jetzt als der Geist wie ein Teil Gottes. Und wir gehen jetzt nach oben wo der Kinomechaniker arbeitet. Und wir gehen nach oben in die Konsole und wir nehmen diese Filmrolle runter oder diese CD vielleicht wenn der Film auf der CD und gehen in einen Keller in einen tiefen Raum oder ein Raucherzimmer und verbrennen diese CD oder diese Kinorolle. schickаем diesen Disc wo написано моя ограниченная жизнь und verbrennen diese Filmrolle oder CD auf der draufsteht mein eingegrenztes Leben. Wir gehen nach oben in die Konsole und legen eine neue CD rein oder eine neue Filmrolle und lassen den neuen Film ablaufen. Meine isabill mein Leben voller Wohlstand mein Leben wo ich meine Bestimmung erfülle und ich glücklich bin. Und wir blicken aus dieser Film und blicken nach unten und sehen dass der Körper glücklich ist. Es läuft in sehr schöner Farben froh und viel путешествия und viel froh und viel glück und viel Freude und viel harmonie Wir gehen runter und verbinden uns mit dem der in der Mitte sitzt Wir gehen noch weiter und verbinden uns mit dem der in den ersten Rhein sitzt und machen einen Schritt nach vorne und gehen in die Leinwand hinein. Wenn auf dem Film irgendwo am Meer eine Szene war, dann gehen wir tatsächlich in das Wohls sehen wir in dem Fall in dem oder mit den Lohsch mit Leinwand werden wir auf einem Strand oder wenn ein anderer unser Wunsch oder unser Traum gezeigt wurde im Film sind wir vielleicht auf einer Rentsch mit vielen Pferden fühlt und dass diese Realität bereits schon existiert diese neue Realität sie ist bereits um euch herum ihr spürt diese bereits und die Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Körper wir fühlen uns hier und jetzt ich danke dir Ursprung ist Licht ich danke dir живo Mütterchen öffnen öffnen Augen und es ist leichter freier und breiter mehr Umfang die eigene Energie und und der dritte Schritt die Materialisation der Zukunft lasst euch nochmal das in Erinnerung rufen dass ihr ständig eure Zukunft materialisiert über die Sinnbilder die bereits in eurem Kopf schwirren aber ihr denkt nicht darüber nach die Bilder die vielleicht spontan oder zufällig dort erscheinen und ich rede über den dritten Schritt über die Materialisation für uns wären wichtige Momente die wir verstehen müssen wichtig das was wir möchten muss in positiven Termen formuliert sein also wir sprechen oder affirmieren nicht so dass nicht das was ich nicht will sondern sprechen klar und deutlich affirmieren das was ich möchte die zweite sehr wichtige Frage wie versteht ihr dass ihr das Ziel erreicht habt ihr müsst so ein körperliches empfinden so ein physisches empfinden des ganzen haben zum Beispiel ihr Lohn hat sich verdoppelt oder ihr habt ein Haus bekommen ihr braucht gewisse konkrete Kriterien wie ihr das überprüfen könnt sehr wichtig dass alles von euch abhängt nicht von irgendwelchen anderen Leuten wenn ihr denkt okay mein Mann wird irgendwann viel Geld verdienen dann wird bei mir alles harmonisch sein das muss von euch direkt abhängen und ihr das hängt von eurer Verantwortung praktisch andere Menschen können euch vielleicht unterstützen euch helfen aber ihr seid die wichtigste Person die das auch ausführt und ihr müsst eine klare Sicht eine klare Vorstellung dessen haben was ihr dafür macht wenn wir ein Ziel gesetzt haben und bereit sind uns zu diesem Ziel zu bewegen sehr wichtig dass positive Nebenwirkungen auch dabei sind vielleicht Yoga unterrichten oder irgendwelche anderen Kurse durchführen das ist mir und auch anderen Menschen nutzen Ihr müsst euch eine gewisse Antwort geben auf jede Frage die dort erscheinen könnte wenn Ihr sagt vielleicht ich möchte eine große Firma aufbauen aber irgendwo tief in der Seele erlaubt ihr es euch nicht weil ein Teil eurer Seele denkt vielleicht dann werde ich zu wenig Zeit mit meiner Familie verbringen Eine positive Lösung dafür wäre dann, dass euer Partner euch unterstützt in eurem Business oder Unternehmen. Und ihr werdet im Unternehmen auch so einen speziellen Platz haben für eure Kinder, dass eure Kinder auch ständig in der Nähe sind, dass sie auch viel Zeit mit der Familie verbringt, wenn ihr das Unternehmen habt. Wenn man gut genug nachdenkt, kann man sich immer eine Lösung einfallen lassen, wie man das Ganze verbinden kann. Und letztendlich muss das Resultat, welches ihr dann bekommt, für euch selber vollkommen ungefährlich und vollkommen harmonisch sein. Dass ihr zum Beispiel genug Zeit auch für euch habt, ihr habt dann genug Zeit, um Sport zu machen, euch um die eigene Gesundheit zu kümmern. Also es muss praktisch für euch harmonisch und sinnvoll sein. Also wenn ihr praktisch um euer Umfeld denkt, eure Umgebung, dann müsst ihr euch auch im Klaren sein, welches Umfeld ihr dann benötigt oder welches Umfeld wird um euch herum sein, in diesem Fall, wenn es eintritt. Es macht ja keinen Sinn, ein Hotel dort zu bauen, wo keine Touristen hinkommen. Oder ihr macht etwas in der Umgebung, was nicht harmonisch für die Umgebung ist und die Umgebung drängt es auch so ein bisschen zurück, das muss quasi hineinpassen. Deshalb muss man auch an das Umfeld, an die Umgebung denken, damit das alles harmonisch wird. Und wenn wir diese, alle Punkte, wenn die alle da sind, wenn das alles berücksichtigt ist, müssen wir diese Vorstellung aufbauen, die wir anstreben. Und diese Vorstellung muss auch in den Farben sein, die für uns absolut real sind, also absolute Realität darstellen. Zum Beispiel, ihr kommt nach Hause und ihr habt eine braune Tür. Wenn ihr diese Tür nicht austauscht oder auswechselt, wird sie auch braun bleiben. Wenn ihr auf die Finger guckt, die Nägel wachsen ständig. Dümайте, ob ihr darüber nachdenkt oder nicht, die Nägel wachsen weiter. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, was real auch passiert, müsst, müsst ihr an diesem Platz auch da draufstellen, was ihr real materialisieren möchtet. Da, wo ihr diese Tür vorstellt, wenn die bei euch braun ist und ihr wieder reinkommt, oder da, wo eure Nägel sind, die ständig wachsen, dort müsst ihr auch das vorstellen, was ihr materialisieren möchtet. Genauso klar und genauso deutlich. Neben dem Jiva-Strom könnt ihr auch die eigene Materialisation verstärken. Ihr könnt zum Beispiel drei Tage nichts essen und nichts trinken. Und ihr werdet sehr stark trinken möchten. Stellt euch ein Glas Wasser vor euch. Und ihr werdet sehr stark dieses Wasser trinken wollen. Und so stark möchtet ihr trinken. Und so stark wie ihr da trinken möchtet, dieses Glas Wasser, so stark stellt ihr euer Ziel vor auch, dass ihr es genauso stark möchtet. Und so wie ihr das Wasser möchtet, genauso verbindet ihr euch mit eurem Ziel. Und dann könnt ihr auch das Wasser trinken, so in kleinen Schlücken und euch vorstellen, dass das Ziel euch auch näher und näher kommt, wie ihr euch mit diesem Wasser vereint. Und ihr könnt für euch wie so eine Videosequenz ausdenken, Schritt für Schritt, Szene für Szene, wie ihr Ziel erreicht. Es können zwei oder drei Filme sein. Aus diesen drei Filmen, aus diesen drei Varianten, die besten Momente aus. Sоздайте перед собой ein Bild. Stellt euch ein Sinnbild vor. Und dreht diesen Film immer wieder ab. Ihr könnt in die Arbeit fahren und ständig diesen Film durchspielen im Kopf. Gулять, jeхать в Metro und представлять эту картинку. Spazieren gehen, in der U-Bahn fahren irgendwo und ständig dieses Bild visualisieren. Es muss so ein Gefühl sein, wie bei einem Fischer, der einen Fisch an der Angel hat. Man sieht den Fisch noch nicht. Aber das ist praktisch schon gespannt und man spürt diesen Fisch und zieht ihn immer näher und näher heran. Das muss so ein inneres Gefühl aufbauen. Na самом деле, es gibt noch viele verschiedene Tätigkeiten. Wir werden über das in dem dritten Modul der ersten Stufe sprechen. Er ist eben auf dem dritten Modul der ersten Stufe, der Wohlstand und den Finanzen. Und dort werden wir auch verschiedene Prinzipien des Universums betrachten und auch die unterschiedlichsten Praktiken ausprobieren. Aber wir werden wiederum diese drei wichtigsten Schritte haben. Wir werden von den Eingrenzungen befreien. Wir werden von den Eingrenzungen befreien. Wir werden diesen inneren Inhalt vergrößern. Konzentrieren, sich konzentrieren, klar und deutlich sehen, was wir benötigen, was wir möchten und das materialisieren. Und unser ganzer Weg, Erfolg zu erreichen, muss auch aus drei Schritten bestehen. Ehrlich seine eigenen Eingrenzungen erkennen, ehrlich die Praktiken durchführen und real hinausgehen und materiale Tätigkeit, materiale Handlungen durchführen. Gehen zu einer neuen Arbeit, zu einem neuen Ort zu fahren, zu einem neuen Ort zu fahren, zu einem neuen Ort zu fahren, zu realen Tätigkeiten, die euch zum Glück führen. Wenn es in der materiellen Welt etwas nicht klappt, erkennen wir das ehrlich für uns und machen wiederum Praktiken, die uns mit Energie auffüllen, damit wir weiterhin hinausgehen und wieder den Tätigkeiten nachgehen. Deshalb sind diese drei Punkte, wie unser Perpetuum mobile. Unsere Grenzen zu erkennen, diese zu transformieren, breiter zu werden und Handlungen durchführen, um Resultate zu erreichen. Okay, das war's für heute erstmal. Also wir werden bei den nächsten Modulen auch auf den Wohlstand eingehen, auf die Gesundheit eingehen, auf andere Aspekte unseres Lebens eingehen. Aber hier diese drei Schritte, das ist quasi wie eine Formel, das wird immer wieder uns begegnen. Und dann auf die Fragen, wenn es da Fragen gibt. Ich habe hier schon ein Problem. Daher kam mir vor mir an. Ein Moment von Marco, die Frage, die Frage zu haben. Ich sage dir, die Gretzmann-Malerauskino. Ich sage dir, dass die Arbeit mit dem Wohlstand und mit dem Wohlstand, was wir wollen, dass wir uns begegnen, die wir uns begegnen, wenn wir uns erst zu verletzten, Also, zu der Frage mit den Ahnen. Natürlich, wenn unsere Ahnen uns helfen, wird es gut sein. Aber wenn ihr einfach für euch harmonischer, gesünder, erfolgreicher seid, wird es ja eure Ahnen zufrieden sein. In der ersten Zeitpunkt muss man sich auf sich und auf Gott entscheiden. Es ist ja ganz klar, dass ich in zwei Stunden nicht alles erzielen kann und nicht auf alle Einzelheiten eingehen kann. Deshalb hatte ich vor anfänglichen Dingen, beziehungsweise erst mal ganz an der Oberfläche, die Sachen erklärt. Auf der zweiten Stufe haben wir, auf der zweiten Stufe, beim dritten Modul ist ein sehr großer Aspekt der Arbeit mit den Ahnen. Aber schon beim ersten Modul und auf der ersten Stufe haben wir einige der Praktiken gemacht. Also, wir haben jetzt die Wurzeln spriten lassen. Erinnert euch bitte an diese Praktik. Und das wird euch auch helfen. Also, die Verbindung mit den Ahnen. Dann haben wir noch ein paar Fragen. Dann haben wir noch Fragen. Dann haben wir noch Fragen. Dann haben wir noch Fragen. Ich kann mich zu der Frage, ob das Bild des Hundes auch negativ ist. Es gibt von einem chinesischen Millionär oder Milliardär, den Namen kann Vladimígrat nicht sagen. Es war ja so, dass hier irgendwo an einer Müllhalde fast gestorben ist, weil er nichts zu essen hatte. Er litt so stark vor Hunger und hatte es so schwer, dass zu dem Zeitpunkt, wo nette Leute ihm was zu essen gegeben haben, war er sehr glücklich. Und ich habe sein Interview gesehen. Und man hat ihn gefragt, was motiviert euch, am Business weiterzuarbeiten und Erfolg zu erreichen. Und er sagt, ich erinnere mich immer wieder daran, wie ich am Sterben war, da an der Müllhalde. Deshalb es gibt verschiedene Menschen. Manche Menschen motivieren sich, dass sie zum Glück gehen sollen und die werden dadurch motiviert und gehen zum Glück. Es gibt aber Menschen, die sich selbst erschrecken müssen durch irgendwas, um dann sich zum Ziel zu bewegen. Weil ihr ja euch selber erschreckt, dosiert ihr das praktisch selbst, wie stark ihr euch und mit was erschreckt und mit was nicht. Es ist ja natürlich klar, dass man am besten gar keine negativen Sinnbilder hat. Aber um quasi in Fahrt zu kommen, kann man sich schon am Anfang dieser negativen Eindrücke und Sinnbilder bedienen. Im Weiteren aber sich vollständig davon zu befreien. Deshalb, wenn ihr ein positives Ziel vor euch habt, ist es auch gut, wenn euch das Ziel motiviert, wenn ihr dahin gehen könnt. Aber wenn ihr noch keins habt und euch das andere motiviert, könnt ihr bzw. müsst ihr mit diesen negativen vergangenen Erlebnissen oder Eindrücken arbeiten. Wenn ihr ein bisschen faul seid und schwer in die Gänge kommt, müsst ihr euch natürlich mit etwas erschrecken. Okay, ich wünsche euch Glück und ich bin sicher, dass bei euch alles klappen wird. Praktikujet ihr живo und alles wird auf die beste Art und Weise passieren. Ich wünsche euch Glück und ich wünsche euch, dass wir in den nächsten Mal wiederhören, dass wir uns zum nächsten Mal wiederhören und wir machen unsere Prüfung für das erste Modul auf der ersten Stufe живo Heilkunst. Ihr werdet dann reden dürfen und ich höre euch zu. Ich wünsche euch Glück und bis zum nächsten Treffen. Tschüss.